UNTERTITELUNG Polizei, aufhören! Sie sind vorläufig festgenommen. Die paar Filme? Ich bin doch kein Schwerverbrecher. Raubkopieren ist ein schweres Verbrechen und kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Stopp! 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 Schluss! Das haben wir schon hundertmal gesehen! Muss das wirklich sein? Noch ein Kino-Spot gegen Videopiraterie? Wer sind denn die Leute, die im Kino sitzen? Raubkopierer? Sehen die vielleicht so aus wie der da? Nein! Die Leute, die da unten sitzen, das sind die Guten! Hey! Was sagt man denn da? Danke! Richtig! Genau! Man sagt Danke! Und jetzt, schaut auf meine Lippen! Danke, liebe Kinobesucher! Danke, liebe Kinobesucher! Na also, geht doch! ...